Bei Cousine arbeite ich als Online-Marketing-Manager. Zufällig war es so, dass zu dem Zeitpunkt das erste Mal die E-Commerce-Ausbildung publiziert wurde. Wenn ich an einem Punkt ansetzen müsste, der unsere Marketing-Strategie momentan am besten beschreibt, ist... Was ist deine Aufgabe bei Cousine? Bei Cousine arbeite ich als Online-Marketing-Manager. Ein Online-Marketing-Manager ist im Grunde dafür zuständig, dass wir auf allen Kanälen präsent sind und dass dort Inhalte publiziert werden, die das eigene Unternehmen ins bestmögliche Licht rücken und gleichzeitig Traffic auf das eigene Unternehmen ziehen und dafür sorgen, dass Kunden uns kontaktieren und auch ein gewisses Interesse entwickeln. Wie bist du zu Cousine gekommen? Ich habe mich schon relativ früh für die Themen der Online-Welt interessiert und geguckt, wie ich mit Online-Marketing eigenständiges Geld verdienen kann. Ich habe zum Beispiel Nischenseiten gebaut mit Affiliate-Marketing über Amazon-Links und bin dann auch relativ schnell auf das Geschäftsmodell E-Commerce gestoßen und zufällig war es so, dass zu dem Zeitpunkt das erste Mal die E-Commerce-Ausbildung publiziert wurde und ich wurde relativ schnell auf das Angebot von Cousine aufmerksam und habe mich dementsprechend dafür entschieden, die Ausbildung bei Cousine zu beginnen. Wie setzt sich eure Marketing-Strategie als Agentur zusammen? Also um ehrlich zu sein, könnte ich jetzt relativ weit ausholen, aber wenn ich an einem Punkt ansetzen müsste, der unsere Marketing-Strategie momentan am besten beschreibt, ist das Rad nicht neu zu erfinden. Das bedeutet, dass wir bei erfolgreichen Unternehmen unserer Branche gucken, welche Maßnahmen setzen die mit Erfolg um und wie erreichen die ihre Kunden? Wie erzeugen die Vertrauen bei ihren Kunden? Auf dieser Basis können wir uns inspirieren lassen und unsere Maßnahmen auf den gleichen Pfad richten, mit unseren eigenen Inhalten, mit unseren eigenen Werten. Was schätzt du an deiner Arbeit bei Cousine am meisten? Wir sind ja ein relativ kleines Team und das bedeutet, du hast einfach einen extrem guten Draht zu jedem Mitarbeiter. Und wir sind einfach extrem verschieden. Sowohl unsere Expertisen-Schwerpunkte als auch unsere Interessen im privaten Rahmen. Und das bedeutet, dass wir einfach ein extrem holistisches Blick auf die Sachverhalte haben, die unser Arbeitsleben prägen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben dalässt. Oder falls du noch weitere Fragen hast, kannst du die auch gerne in die Kommentarsektion hauen. Und wenn du weitere Online-Marketing oder SEO, wie auch Entwicklungstipps in Zukunft nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und setz die Glocke, weil dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video posten. Mach's gut. Ciao. Ach, ich weiß nicht. Ist auch egal jetzt.